In diesem Video geht es um die grundlegende Bedeutung von Ernährung. Was man bedenken sollte, wenn man mit Hilfe von Lebensmitteln seine Gesundheit verbessern will und auch abnehmen möchte. Und alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgei. Es geht beim Thema gesunde Ernährung nicht so sehr darum, wer Recht hat. Man kann sich als Vegetarier ernähren, man kann sich vegan ernähren, man kann sich als Milchkostler ernähren. Sondern es geht beim Thema gesunde Ernährung einzig und allein darum, das beste Ergebnis zu erzielen. Und wie erzielt man dieses Ergebnis am besten? Mit den besten Mitteln, das zur Verfügung steht. Das wären dann die Lebensmittel. Der Einfachheit halber unterteilen wir jetzt unsere Nahrung einmal in zwei Gruppen. Das wären auf der einen Seite die natürlichen Lebensmittel und das wären auf der anderen Seite die verarbeiteten Nahrungsmittel. Natürliche Lebensmittel kennt der Körper. Verarbeitete Lebensmittel kennt der Körper nicht. Natürliche Lebensmittel haben sich seit Jahrtausenden in der Nahrung schon bewährt. Verarbeitete Lebensmittel gibt es erst seit 60, 70 Jahren in der Ernährung. Natürliche Lebensmittel enthalten Mineralstoffe, Vitalstoffe, Spurenelemente, essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Brot und Präbiotika. Verarbeitete Nahrungsmittel enthalten diese nicht oder nur im kleinsten Ausmaße. Natürliche Lebensmittel werden langsam verdaut. Somit hat der Körper genug Zeit, sie ordnungsgemäß zu verarbeiten. Verarbeitete Lebensmittel sind schon verarbeitet, also werden sie schnell verdaut. Das führt im Körper zu Problemen, wie zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien oder auch schon Autoimmunerkrankungen. Ziel einer gesunden Ernährung muss es jetzt sein, so viel wie möglich gesunde Lebensmittel zu konsumieren und so wenig wie möglich verarbeitete Nahrungsmittel. Das klingt logisch. Ist es auch. Imperativ, du musst es essen. Warum essen wir also nicht auf diese Art und Weise? Wir werden ja alle viel schlanker, stärker und gesünder. Rein die Logik müsste uns hergebieten, genau das zu veranlassen. Das Problem mit der Ernährung ist, dass wir aus vielen Gründen heraus essen. Die wenigsten davon sind aber logisch nachvollziehbar. Essen ist etwas Emotionales. Das Hunger- und das Sättigungsgefühl wird hormonell gesteuert und ausgelöst. Es sind also auch Emotionen. Wenn du etwas isst, dann reagierst du damit auf ein Gefühl. Im besten Fall ist es Hunger. Es kann aber auch Heißhunger sein. Es kann Langeweile sein. Es kann Frust sein. Es kann Liebeskummer sein. Oder einfach nur, wenn es juckt. Gerade industriell verarbeitete Lebensmittel zielen genau darauf ab. Sie sind so konzipiert und werden auch so beworben, dass sie diese Gefühle auslösen und auch kurzfristig bedienen können. Wir hängen alle wie eine Marionette an den Fäden unserer Gefühle. Wir sollten, um optimal zu funktionieren, aber Puppenspieler und Marionette in Personalunion sein. Dann kratzen wir uns auch, wenn es juckt und essen nicht stattdessen. Ich werde auch in Zukunft weitere Videos zum Thema gesunde Ernährung machen. Wenn ihr Interesse daran habt, bitte abonniert meinen Kanal. Ein paar Kommentare in der Infobox wären sehr hilfreich, damit wir über dieses Thema dann eingehend diskutieren können. Und teilt bitte dieses Video.